Ich möchte nicht sterben, bevor ich tot bin. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt. Wir möchten das auch nicht, deswegen möchten wir unsere Wünsche erfüllen. Und ein großer Wunsch war, weil wir beide ja James Bond-Fan sind, einmal, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Casino Royale. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr den gerne auch bestellen, bei uns unten auf der Beschreibung ist ein Link. Wir sind heute aus dem Film Casino Royale, wo Daniel Beck seine große Liebe gefunden hat, wurde dort angeblich in Montenegro gedreht, aber das war leider nicht in Montenegro, sondern es war in Karlsbad. Und wir sind jetzt in Karlsbad, in dem Hotel, wo dieser Film Casino Royale gedreht wurde. Habt Spaß bei den Aufnahmen. Ja. 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 Komm mit uns. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020